Wir erklären heute Ibring. Morgens um sieben am Frühstückstisch. Die Schmidts spielen mal wieder Schere, Stein, Papier, um zu entscheiden, wer von den beiden sich heute durch den Verkehr quälen und in die Schlangen an den Kassen anstellen darf, um die Lebensmittel und Getränke einzukaufen, den Anzug und die Blusen von der Reinigung abzuholen und die Tinte für ihren Drucker im Elektromarkt besorgen muss. Heute hat Herr Schmidt verloren. Zu allem Überfluss muss er auch noch das Paket abholen, weil keiner zu Hause war, als der Paketbote gestern vorbeikam. Die Müllers müssen dieselben Sachen einkaufen und erledigen. Die beiden organisieren jedoch alles über www.ibring.de. Die Müllers wählen einen Lieferzeitraum von vier Stunden aus. Dennoch muss keiner von ihnen vier Stunden zu Hause sitzen und auf Ibring warten. Eine halbe Stunde vorher bekommen sie eine Information mit dem voraussichtlichen Lieferzeitpunkt. Die Wäsche nimmt der Mitarbeiter von Ibring dann mit zur Reinigung. Für diesen Service zahlen die Müllers nur 11 Euro und sie haben damit, im Gegensatz zu Herrn Schmidt, nicht nur eine Menge Zeit und Stress gespart. Auch mussten sie keinen Parkschein lösen und haben kein Benzin verbraucht. Familie Kunze wohnt außerhalb des Liefergebiets von Ibring. Da Herr Kunze jedoch innerhalb des Liefergebiets arbeitet, liefert ihm Ibring alles ans Auto. Selbst die vorbestellten Spezialitäten vom kleinen Lieblingsladen der Kunzes. Frau Kunze musste nur dafür sorgen, dass man dort Bescheid weiß, dass Ibring kommt und dass alles zur Abholung bereit ist. So kann Herr Kunze nach der Arbeit direkt nach Hause fahren und muss keine Tour mehr quer durch die Stadt machen. Sie möchten sich ebenfalls alles von Ibring liefern lassen? Gern. Sie möchten den Lieferzeitraum verringern? Gut. Für nur einen Euro mehr pro Lieferung verkürzen Sie das Zeitfenster auf zwei Stunden. Das reicht Ihnen immer noch nicht? Ein weiterer Euro verkürzt den Lieferzeitraum auf eine Stunde. Und wenn Sie es wünschen, können Sie für insgesamt drei Euro mehr den Lieferzeitpunkt sogar exakt bestimmen. Und wenn Oma Elfriede beim Kaffeekränzchen mit ihren Freundinnen die Zeit vergisst und es nicht mehr rechtzeitig schafft, ihre Lieferung von Ibring entgegenzunehmen, ist das auch kein Problem. Eine kurze Information genügt und der Lieferzeitpunkt kann individuell verschoben werden. Online können Sie jederzeit sehen, wo Ihr Fahrer genau ist und wann er voraussichtlich bei Ihnen sein wird. Selbstverständlich liefern wir Ihnen nicht nur die Sachen wie Wäsche, Lebensmittel und Getränke, sondern auch Dinge, die Sie selbst nicht transportieren wollen, wie die neue Waschmaschine, Möbel oder den Einkauf vom Baumarkt. Und wenn Sie während Ihres Shopping-Trips Ihre Tüten loswerden möchten, halten Sie einfach das nächste Ibring-Fahrzeug an, übergeben Sie ihm Ihre Tüten und er liefert sie Ihnen ab 1 Euro pro Tüte gemeinsam mit allen anderen Produkten entsprechend eines von Ihnen gewählten Zeitfensters am gleichen Tag nach Hause. Nutzen Sie Ihre Zeit für die angenehmen Dinge. Ibring – alles auf den Punkt gebracht.